Es war ein schöner Tag. Maya für Frog. Vanille für Jazz. Das war der Anfang von einer Weihfreundschaft. Was hört ihr? Jazz, es ist Zucker für die Seele. Nein, nein, nein. Es ist Pop, er gibt die Spitze. Was prägt ihr von? Es ist Rock, es gibt Kuh. Hör mal zu. Man kann ohne Probleme Freunde sein, obwohl man verschiedene Musik geschmeckt hat.